Herzlich willkommen, lieber Löwe, zu deiner Tarot-Kartenlegung für die 39. Kalenderwoche. Der Woche, die am 23. September beginnt und bis zum 29. September geht. Wir haben in dieser Woche abnehmenden Mond. Und das bedeutet für uns alle, dass es recht ruhig werden kann. Etwas ruhiger auf jeden Fall. Und dass es viel darum geht, auch Dinge zu Ende zu bekommen, zum Abschluss zu bringen. Und ja, sich auf das Beständige zu verlassen, auch ein Stück weit. Lieber Löwe, wir wollen uns ansehen, wie deine Woche werden wird. Und mit welchen Energien deine Woche begleitet sein wird. Schauen wir mal, was die Karten so sagen und welche Hinweise ich dir über die Karten mitgeben kann. Natürlich sind auch alle Crosswatcher herzlich willkommen. Und wir wollen uns zusammen die Woche für den Sternzeichen Löwe ansehen. Ich bin schon sehr gespannt. Hier haben wir die Energie. Dann brauchen wir jetzt nur noch eine Karte vom Mond-Orakel. Lieber Löwe und können beginnen. Eine Karte für den Löwen. Okay, was haben wir hier? Der Tod, die Transformation, die Befreiung. Keine Sorge, hier ist nicht der faktische Tod, der reale Tod gemeint, sondern es ist halt wirklich viel mehr als Wiedergeburt zu lesen, diese Karte. Und du befindest dich gerade in einem Wandel, in einer Phase des Wandels. Und es gibt hier gewisse Umstände, die empfehlenswert sind, jetzt losgelassen zu werden. Umstände, die du schon längst verarbeitet hattest. Vielleicht eine alte Trauererfahrung, vielleicht eine negative Erfahrung, die dich verletzt hat. Eine alte Verletzung, alte Glaubensüberzeugungen oder vielleicht auch ein stressiges Projekt, ein stressiges Vorhaben, welches du abgeschlossen hattest bereits, aber der Stress hat noch so nachgewirkt. In dieser Woche kannst du alles loslassen. Es ist auch eine Karte der Heilung. Durch diesen Loslassprozess entsteht Heilung und neue Energie, neue Kraft und neue Stärke. Und es gibt bereits Neues in deinem Leben. Und es ist sehr schön und empfehlenswert, sich auf das Neue einzulassen, diesen neuen Entwicklungen Vertrauen zu schenken und einfach mit einer gewissen Offenheit an dieses Neue heranzugehen und dann letztendlich als Ergebnis die Vitalität aus dieser neuen Entwicklung, die in dir entsteht, voll und ganz zu genießen. Darin aufzugehen. Etwas geht zu Ende, etwas Neues beginnt. Oh wow, ja, schau dir das an. Wow, was für starke Karten. Ja, du bist hier voll auf das Neue. Du freust dich da richtig drauf. Du steigst hier voll drauf ein. Das könnte hier sehr gut eine neue Liebe sein. Eine neue Liebe, die von starken körperlichen Anziehungskräften geprägt ist. Und du steigst hier voll auf das Körperliche mit dieser Person ein. Und das hat tatsächlich auch etwas Magisches zwischen euch, etwas Spirituelles. Du bist hier voller Leidenschaft und genießt deinen Körper, genießt die Sexualität in dir, deine Lebendigkeit, dein Dasein. Auf einer sehr körperlichen Ebene. Das kann sich auch anders ausdrücken. Das muss jetzt keine romantische Verbindung sein. Es kann auch wirklich sein, dass du dich voll und ganz auf das Leben einlässt und dass das auch läuft. Eine Aktivität, ein Sport, eine Leidenschaft, der du nachgehst und in der du auch voll und ganz aufblühst. Die Lust, die Leidenschaft ist eine typische Löwe-Karte und entspricht deinem Sternzeichen. Du bist hier also auch sehr authentisch, auch voll und ganz du selbst. Du kannst dich ausleben, kannst dich der Welt zeigen, präsentieren und bist auch gestärkt und robust für eine gewisse Herausforderung. Also hier wirklich eine sehr lebendige Karte, bei der man der Lebenslust in seinen Herzen voll und ganz nachgehen kann. Und es kann auch ein Hinweis sein, dass du im besonderen Maße Vergnügen, aber auch Luxus, die Annehmlichkeiten im Leben genießen kannst und wirst. In einer schönen Geselligkeit womöglich. Ja, einfach die schönen, die Sonnenseiten des Lebens genießen. Toll ist auch hier die Ausgleichung, die Waage deutet darauf hin, dass du voll und ganz bei dir bist, sehr im Gleichgewicht mit dir selbst bist, sehr klar im Verstand, den Fokus behältst, dass du auch ausgewogen agierst. Und das heißt auch, Rücksicht auf deine Mitmenschen nimmst. Also du hast hier einen sehr starken Selbstverwirklichungsprozess, du fährst aber niemanden über die Füße. Du steckst mit niemandem an. Du kannst dich sehr gut kommunikativ auch mit den Menschen verbinden und schaffst hier auch Frieden und Klarheit und Ordnung. Bist vielleicht auch recht empathisch. Na, vielleicht nicht so ganz auf der emotionalen Ebene, aber du bist ein guter Zuhörer in dieser Woche. Und schenkst den Menschen und auch dir selbst, aber auch den Menschen in deiner Umgebung viel Achtsamkeit und Aufmerksamkeit. Und das kommt sehr gut an. Du bist in Frieden mit dir. Man sieht hier, dass du dich auch von einigen inneren Verstrickungen und Konflikte erfolgreich gelöst hast. Ah, okay. Hier, die Königin der Stäbe in deiner Vergangenheit sagt mir, dass dieser Prozess bereits angefangen hatte. Und in dieser Woche zu einer Weiterentwicklung davon kommt. Hier, die Königin der Stäbe, da bin ich mir ziemlich sicher, dass du mit dieser Energie gemeint bist und dass du in einer gewissen Situation dich kürzlich als Königin der Stäbe positionieren musstest oder konntest. Es war eine tolle Chance für dich, auch wenn du ein männlicher Zuhörer bist. Die Königin der Stäbe kann auch auf eine männliche Person hindeuten. Hier geht es um den Reifegrad dieser Person. Und das ist eine Person, die einen Erfolg für dich eingeheimst hat und eine friedliche und erfüllende Situation auf diese Art und Weise hergestellt hat. Und so kann es sein, dass du in der Liebe jemanden für dich erobert hast. In beruflicher Hinsicht einen Erfolg erlebt hast, dir einen Erfolg erschaffen hast. Oder im familiären oder freundschaftlichen Kreis hast du dich hier bewährt und hast dich um andere Menschen gekümmert. Hast eine tolle Situation, eine schöne Situation für alle hergestellt. Und das tat dir einfach auch sehr, sehr gut. Das war nicht altruistisch, sondern schau an, es hat dir auch viel gegeben. Viel Selbstwertgefühl, sehr viel Selbstvertrauen auch. Du warst auch dadurch in dir selbst sicherer oder sicherer. Und jetzt ist es an der Zeit, die Struktur ist da, die Grundstruktur, das Grundfundament. Und jetzt ist es an der Zeit, einen Schritt weiter zu gehen. Du bist bereit für eine gewisse Herausforderung und du weißt, was du willst. Du bist aber auch gleichzeitig so offen für Ergebnisse, die du jetzt nicht so erwartet hast. Du zeigst dich dennoch, auch wenn du ganz genau weißt, worauf du hin willst, worauf du hinaus willst. Du bist offen und offenherzig auch, was die Ergebnisse betrifft. Du verfolgst keinen konkreten Plan. Du hast keine Berechnung, sondern es ist mehr eine Beherztheit. Du gehst nach vorne, du willst weiterkommen, du willst mehr vom Leben. Und da geht es dir gar nicht darum, dass etwas Bestimmtes passiert, sondern es geht mehr darum, dass du handelst, ins Handeln kommst und das tust, was deinen Überzeugungen entspricht. Ich sehe hier eine intensive Veränderung, die du in dieser Woche einleitest. Es könnte wirklich sein, dass du dein Leben komplett auf den Kopf stellst. Das wäre das Extremste. Vielleicht sind das auch Veränderungen im Beruf, im Privatleben. Vielleicht bist du am Umziehen. Vielleicht wechselst du den Ort, wechselst du die Wohnung oder du renovierst bei dir zu Hause. Etwas verändert sich, was Einfluss auf dein alltägliches Befinden hat und dein Leben sehr stark verändern könnte. Es ist für dich auch eine Art Befreiungsschlag. Und mit dieser Veränderung enden auch einige Dinge in deinem Leben. Ende endet vielleicht eine Lebensphase, die für dich auch etwas müßig war, die dich in dein Potenzial auch zurückgehalten hat. Und du stürmst jetzt nach vorne und änderst das, was in deiner Hand liegt und findest darin Befreiung und freust dich auch auf das Zukunftige. Du befreist dich hier aus widrigen Umständen von Ketten, kann man auch so sagen. Und das kann auch dann bei einigen von euch damit in Zusammenhang stehen, Tabus zu überwinden, Tabus zu brechen, sich aus engen gesellschaftlichen Konstrukten zu befreien, die dich auch in deinen Gedanken zurückgehalten hatten. Du lässt dich auf das Zukunftige ein, du lässt dich auf das ein, was da kommen mag. Und du hast alles, was du brauchst, die körperliche Stärke, die mentale Ausgeglichenheit, die Konzentration und kannst hier voll und ganz dir selbst und deinen Entscheidungen vertrauen, deinen Handeln und Tun. Und tatsächlich gibt es hier einen inneren Kompass in dir, der dich durch diese Zeit hindurch navigieren wird, der dich zu den Richtigen hinführen wird. Und dem vertraust du auch. Ich sehe eine große Bereitschaft der Hingabe und des Vertrauens von dir. Das ist großartig, das ist mutig, das ist stark, das ist voller Emotionalität und Herzensenergie und das ist wirklich toll. Was für eine wichtige Zeit, eine enorm wichtige Zeit für dich. Und das, was hier geschieht, hat, ja, halt lange in deinem Leben nach. Du bist in einem ganz wichtigen Prozess, das wird eine ganz wichtige Woche für dich. Und du bist voller Sehnsucht. Diese Sehnsucht wird dir auch im Laufe der Woche deutlich, deutlicher auffallen. Aber das wird ein großer Antrieb für dich in deinem Leben sein. Seh das mal so. Ich meine Sehnsucht und Mangel und nicht da sein. Also Mangel einfach. Das sind Gefühle, die nicht unbedingt schön sind. Und du bist mit, dir fällt auf, dass du, dass es da einfach viele Themen gibt, die nicht zu dir passen, die nicht deins sind. Die deine Bedürfnisse einfach nicht erfüllen. Aber sieh das mal so, dass hinter diesem starken Gefühl, hinter dieser starken Sehnsucht eine wichtige Information für dich verborgen steckt. Und zwar die Information, was du zu verändern hast. Und ich möchte dich sehr dazu motivieren, diese Sehnsüchte ernst zu nehmen und das zu verändern, was in deiner Hand liegt. Das wird sehr wichtig für dich sein und ist viel mit Erfolg verbunden. Der Turm geht auch manchmal, kommt auch manchmal mit, also deutet manchmal auf einen wichtigen Geistesblitz in seinem Leben hin. Durch den man in eine Situation kommt, dass man weiß, was man ändern muss und gar nicht mehr anders kann, als es zu ändern. Nachdem man eben diese Einsicht erlangt hatte. Ich sehe hier einen starken Drang in dir, lieber Löwe, das Beste aus dir und deinem Leben zu machen, dir ein besseres Leben zu gestalten. Und du lässt dich jetzt in dieser Woche von niemandem und nichts abhalten. Und durch die Ausgleichung hast du ein sehr gutes Urteilsvermögen, einen klaren Verstand. Und bist auch trotz deiner starken Leidenschaft sehr fair und gerecht zu deinen Mitmenschen. Ist das nicht eine tolle Kombination und du hast dir das einfach sehr, sehr verdient, glücklich zu sein. Du hast alles, was du dir hier erhoffst, auch vollen Herzens verdient und ich glaube, du fühlst das auch in dieser Woche. Wow. Hier schon wieder eine Löwekarte. Und die Löwekarte deutet auf einen großen Sieg hin. Und tatsächlich habe ich, lieber Löwe, bereits diese Karte erahnt. Ich habe hier an diese Karte schon gedacht gehabt, dass mir das alles so vorkommt wie ein Sieg. Das passt auch hier wirklich sehr gut rein. Und es wird eine Situation sein, die sich genauso entwickelt, wie du es dir gewünscht und vorgestellt hast. Du wirst einen großen Sieg in deinem Leben erleben und aufgrund dieses Sieges werden einige Probleme in deinem Leben überwunden sein. Du wirst, dir wird es dann auffallen, dass diese Probleme nicht mehr, keine Probleme mehr von dir sind, dass diese Probleme gelöst sind, dass sie überwunden sind und dass du alles, was mit diesen Dingen im Zusammenhang steht, loslassen kannst, hinter dir lassen kannst. Es findet ein Ende. Und das ist dein Sieg. Eine Situation hört auf. Du befreist dich hier aus einer Unannehmlichkeit. Und, lieber Löwe, du hast selbst dir diese Situation geschaffen. Du kannst sehr stolz auf dich sein. Du kannst dir so richtig auf die Schulter klopfen. Etwas geht zu Ende, etwas Neues beginnt. Und das, was hier beginnt, ist ein Sieg für dich. Etwa eine tolle Situation. Du wirst dich dadurch beflügelt fühlen und richtig motiviert, richtig vitalisiert. Du wirst stärker aus dieser Situation hervortreten. Dein Leid hat ein Ende und du hast darüber gesiegt. In einer Liebesangelegenheit, wenn das eine Liebeslegung für dich ist, dann können die Sechs der Stäbe auch darauf hindeuten, dass du jemanden erfolgreich für dich erobern wirst in dieser Woche und dass das für dich einfach sich toll anfühlen wird. Und dass wirklich die Probleme, die ihr am Anfang hattet, ein für alle Male aus dem Weg geräumt sind. Ja, auch der Kaiser ist eine wunderbare Karte hier in diesem Zusammenhang. Und für dich natürlich. Der Kaiser spricht für Ordnung und Frieden und klaren Verhältnissen in deinen sozialen Beziehungen. Man spricht offen miteinander, man ist ehrlich zueinander und hier herrscht Harmonie vor. Offenheit und Ehrlichkeit, praktische, klare Verhältnisse. Es wurden auch erfolgreich Grenzen gesetzt, Kompromisse gemacht, Vereinbarungen getroffen und stellt im Laufe der Woche fest, dass dies eine ganz gute Sache war. Dass das funktioniert zwischen dir und den anderen, zwischen dir und den anderen. Ja, steht manchmal, wenn es hier um eine Liebesangelegenheit geht, für eine stabile Partnerschaft, die sich jetzt hier entwickelt und als äußerst, ja, stabil aufweist. Und diese Karte spricht auch von Selbstermächtigung. Du hältst womöglich die Familie zusammen, du hältst deinen Freundeskreis zusammen. Und der Grund, warum es jetzt so darstellt, wie es ist, ist eben dein Hinzutun. Ja, woher jetzt die sieben der Kelche? Es funktioniert doch alles, ne? Vielleicht ist das ein kurzweiliges Empfinden im Laufe der Woche, welches dich dann letztendlich noch antreibt. Und dann stellt sich erst dieser Zustand ein, ne? Mhm. Ja, du solltest in dieser Woche nicht zögern, dein Herz sprechen zu lassen, dein Herz sprechen zu lassen. Wenn du eine Möglichkeit für dich siehst, ehrlich zu sein, offen dich zu zeigen, offen deine Liebe zu zeigen. Ich denke, dadurch schaffst du diese Stabilität in deinem sozialen Umfeld. Und es wird so ein bisschen sein, als wäre das dein persönliches Reich, ne? Es geht dir auch viel um einen Prinz der Kelche. Ja, der Prinz der Kelche könnte jetzt eine jüngere Wasserperson sein. Fische, Krebs, Skorpion wäre denkbar. Kann eine Person sein, die du bereits kennst. Und du möchtest dann dieser Person näher kommen. Könnte auch eine Person sein, die du noch nicht kennst. Und du sehnst dich nach dieser Energie in deinem Leben. Der Prinz steht manchmal für einen sehr jungen Menschen und kann ein Kind in deinem Leben beschreiben. Könnte dann deinen Wunsch widerspiegeln, mehr Zeit mit deiner Familie zu verbringen und dich auch mehr auf deine Familie zu konzentrieren. Könnte auch generell deinen Wunsch nach einer Familie beschreiben. Dass du dich danach sehnst, eine Familie zu gründen, aufzubauen. Dass du dich danach sehnst, schwanger zu werden. Oder eben, dass deine Partnerin schwanger wird. Je nachdem. Aber du sehnst dich nach einem Prinz in der Kelche in deinem Leben. Ob du diese Person schon kennst oder nicht. Wenn du bereits in einer Beziehung bist, könnte diese Karte auch darauf hin deuten, dass du dir mehr Emotionalität von deinem Partner wünschst oder deiner Partnerin. Dass diese Person sich dir emotionaler zeigt. Und was wird geschehen? Der Magier. Du solltest nicht zögern, die Initiative zu ergreifen und dir das Leben aufzubauen, was du dir wünschst. In allen Bereichen deines Lebens, beruflich als auch privat. Wenn du dir mehr von deinem Partner wünschst, wenn du dir mehr Emotionalität wünschst, dann zum Beispiel, dann versuche selbst so eine Situation zu kreieren. Und hier den Grundstein dafür zu legen, dass der andere Mensch sich hier mehr öffnet. Wenn du dich nach etwas anderem sehnst, dann spreche das offen an. Versuche das zu kommunizieren. Und versuche deinen Beitrag zu leisten, hier den ersten Schritt zu machen. Denn, lieber Löwe, du bist ein Macher, du bist ein Anführer, eine Anführerin. Du bestimmst immer deine Umgebung. Also du hast hier bestimmt einen starken Drang dahin. Es trifft natürlich nicht auf alle Löwen zu, aber auf die meisten. Und du bringst die erste Initiative. Wirkst aber natürlich besonders hier mit den Magier sehr überzeugend auf andere. Und kannst andere für dich begeistern. Hast in dieser Woche eine tolle Ausstrahlung. Und wirst im Laufe der Woche noch immer mehr Ausstrahlung besitzen. Das sind wirklich großartige Karten. Und diese Karten sind von großem Erfolg bestimmt. Du kannst dein Leben nach deinen Vorstellungen gestalten. Wenn du deine Vorstellungen ernst nimmst, deine Bedürfnisse, deine Herzensbedürfnisse auch ernst nimmst. Und dich selbst vor allem. Und das auch ausdrückst. Das wird eine sehr wichtige und entscheidende Woche für dich werden. Was haben wir hier? Du bist gut genug. Es ist natürlich vieles eine Frage von Selbstwert. Und du solltest in dieser Woche dir selbst, deinen Einschätzungen, deinen Tun, deinen Handeln, deinen inneren Gespür auch vertrauen. Deine Intuition ist stark. Du hast alles, was du brauchst. Auf allen Ebenen. Das Finanzielle könnte vielleicht in den Hintergrund geraten. Das spielt hier keine Rolle. Aber so ein Erfolg, so ein Vorankommen spiegelt sich dann letztendlich in der Konsequenz im Außen natürlich wieder. Wichtig wird es hier für dich zu sein, ehrlich mit dir selbst zu sein und dir selbst zuzutrauen, dass du das schaffen kannst, was du brauchst im Leben. Dass du dir selbst deine Herzenswünsche erfüllen kannst. Und genau das wünsche ich dir, lieber Löwe. Ich wünsche dir eine wahnsinnig gute Woche. Eine erfüllende Woche. Und dass sich alles in deinem Leben positiv weiterentwickeln wird. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinen Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.